Mit dem Flugzeug Wir gehen in den Flughafen, wir schiffen uns ein und reisen im Flughafen. Guten Tag, meine Damen. Guten Tag, Ihre Reisepass- und Fahrkartebiete. Hier sind Sie. Sehen wir den Flug nach Paris. Oh, leider hat der Flugzeug eine Stunde Verspätung. Das ist nicht möglich. Doch auf dem Grund der meteorologischen Zustände. Aber keine Sorgen, wir können die Routinkontrolle machen. Wie gut. Das Gepäck, bitte. Sehen wir nur ein Handgepäck? Ja, nur dieses. Es ist eine Geschäftsreise für einen Tag. Für das Gepäck müssen Sie nichts bezahlen. Es ist im Preis des Kartes eingeschlossen. Alles in Ordnung. Hier ist die Einschiffungskarte und der Pass. Gehen Sie zu dem Flugzeug Nummer 2. Gute Reise. Danke. Im Flugzeug. Willkommen, meine Damen und Herren, an Bord des Flugzeugs, das Rennen Nummer 543 nach Paris. Wir möchten Ihnen informieren über den Einzelheiten im Anschluss an den Einrichtungen dieses Flugzeugs. Jeder Stuhl hat einen Sicherheitsgurt, der angelegt sein sollte. Bemerken Sie, wie diese Gurte sich verbinden, regeln und auskuppeln. Für Ihre Sicherheit bieten wir Sie, die Sicherheitsgurte während des ganzen Flugzeugs verbunden beibehalten, wenn Sie sitzen. Im Notfall bleiben Sie bei Ihren Plätzen mit der gekuppelten Gurte. Im Fall der Erleichterung der Kabine werden die Sauerstoffmasken, die ober-innen liegen, automatisch fallen. Ziehen Sie innen sie an und atmen normal. Im Fall der Notlandung nehmen Sie die Sicherheitsstellung, wie man sieht, das auf dem Falten vor Ihren Stuhl. Im Fall einer Wasserlandung haben Sie die Rettungswesten unter den Stühle. Die Weste wurde angezogen sein, wie die Flugassistenten schauen Ihnen und nur aus dem Flug geschwollen sein. Danke für die Aufmerksamkeit und wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Wünschen Sie etwas zu trinken oder essen, Dame? Ja, bitte. Ein Glas Wasser und einen Sandwich. Hier sehen Sie. Etwas anders? Nein, danke. Nach zwei Stunden. Meine Damen und Herren, wir sind in Paris angekommen. Wir haben ein 15 Grad Temperatur und einen wolkenloseren Himmel. Danke, dass Sie unsere Fluggesellschaft wählten. Bitte führen Sie die folgenden Übungen durch, um besser diesen Dialog zu verstehen und die neuen Wörter und Phrasen auswendig zu lernen und Ihre Deutschkenntnisse zu üben. A. Antworten Sie mit Richtig oder Falsch auf die nächsten Fragen. Die Beamtin informiert Maria, dass der Flug nach Paris eine Stunde Verspätung hat. 3. Der Flug nach Paris verspätet aufgrund einer technischen Versagen. 4. Maria hat sowohl Handgepäck als auch Deckgepäck. 5. Im Flugzeug wurden die Einzelheiten über den Notfälle den Passagieren angeboten. 5. Übersetzen Sie den Dialog mit Hilfe des Wörterbuchs und 1. Holen Sie die neuen Wörter und Ausdrücke heraus. 2. Setzen Sie je einen Satz mit jedem von diesen. 3. Überprüfe die von dir gemachte Übersetzung mit der offiziellen Übersetzung. 4. Finde je zwei Synonyme und Antonyme für die neuen Wörter. 4. Identifizieren Sie die Adverben in diesem Dialog und verfassen sechs Sätze mit ihnen. 5. U-bersetzen Sie die Evein. 6. Ausdrücken Sie das, was das erste Mal vorgelegt werden. 6. Ausdrücken Sie eine Pritis-bereain. 7. Ausdrücken Sie den Autos.